Hi Leute, danke für das Einschalten und willkommen zu einer neuen Folge von Was ist das? Wir sehen hier ein sehr großes Paket, ob auch was großartiges drin ist, das sehen wir jetzt. Wie immer, danke an getgoods.de. So könnte man, dürfte man genug gesehen haben. Kommen wir zu den Tipps und zwar fallen die heute sehr, sehr kurz aus in einigen Begrifflichkeiten. Ich denke, es dürft euch trotzdem genug wissen. Ja, ihr dürft euch trotzdem wissen, was es ist. Erstens, Multiscreening. Zweitens, 16 GB Speicher und eine 5 Megapixel Kamera. Und drittens, Fernbedienung via Infrarot. Also Leute, was ist das?